Herzlich willkommen hier auf der Alp Scheidegg, oberhalb von Wald im schönen Zürich-Oberland. Mein Name ist André Hirschi und ich bin Präsident vom Jodel-Club Scheidegg ebenfalls aus Wald. Ich möchte euch heute auf diesem Weg einladen für am 27. Oktober bei uns in der reformierten Kirche für unser Kameradschaftskonzert in Zusammenarbeit mit der Max & Mary Schneider Stiftung und ebenso mit Nicolas Sen, der uns moderiert und auch musikalisch noch unterstützt. Für unseren Verein suchen wir unbedingt Verstärkung und zwar vor allem im ersten Jodel. Das darf ein Mann oder auch eine Frau sein. Wir waren bis jetzt ein Männerverein. Aber wenn du Lust hast, uns zu besuchen, an einem Mittwochabend in der Probe, würden wir uns über neue Gesichter freuen. Ebenso freuen wir uns auf viele Besucher und Zuschauer am 27. Oktober in der reformierten Kirche im Wald. Danke. Ebenso freuen wir uns auf jeden Fall 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 auf jeden Vielen Dank.